einen wunderschönen guten Abend liebe liebenden liebe nicht liebende ich bin es ich habe ein bisschen umgeräumt nämlich ich habe jetzt mein Mikrofon mal dahin gemacht mein Spiel dahin und mein Chat dahin anstatt das Mikrofon dahin das Spiel dahin und den Chat dahin ich bin Sejan, einen wunderschönen guten Abend bei diesem Knorkström den auch ich liebe weil die Bagger Crew nennen wir spielen heute Abend Sakuna auf Spitzenlang ja ich habe das immer noch hier rumsteckt der Witz war einfach viel zu gut was war passiert ihr habt mich wahrscheinlich in den letzten Wochen Monat vermisst erstmal an alle die da sind wünsche ich euch natürlich allen auch ein groß neues Jahr auch wenn alle von euch gestern wahrscheinlich schon da waren als Momo glaube ich Sailor rein theoretisch haben wir uns dieses Jahr noch nicht gesehen ja was war passiert erst mal hat mein Router sich dazu entschlossen kein Funk mehr zu empfangen ah es war Bo mit OOT ja ich habe gesagt ich komme gleich dazu warum ich das nicht weiß weil Internet ja erst hat sich mein Router dazu entschlossen kein Internet mehr zu empfangen über Funk weil ich einen sogenannten Hybrid Router habe der ruft sich mit über Funk und in so ungefähr 6.000 über Kabel bekommt auf einmal war der Funkanteil weg was sich natürlich extremst auf Down und Upload ausgewirkt hat war aber für mich persönlich nicht so wirklich das Problem weil ich konnte ja immer noch auf Warten Channel über Street halt mit einer lowen Bitrate von so ungefähr 1.000 anstatt 4.000 und ja heute morgen aufgewacht auf einmal war alles tot also ausgegangen kann es sein dass die Internet tot ja seit gestern Abend wieso ich kann meine Mails nicht abrufen ich würde gerne wissen was mich am Montag auf der Arbeit erwartet wenn ich wieder arbeite ja keine Ahnung das funktioniert seit gestern Abend schon nicht mehr wir haben jetzt halb 2 oder sowas ich würde gerne mal lesen lasse ich mich guck mal nach ich gehe also rüber mein Bruder mein Router stecker rauf stecker wieder rein gehe wieder her und es funktioniert alles und ich habe wieder Funk dann habe ich wieder magic boom butterfly nennen es wie es will ja in der Zwischenzeit musste ich meine E-Mails mit der Post abholen jetzt sind wir wieder da wir haben wieder volles Internet mal schauen wie lang am nächstes mal ziehe ich früher den Stecker und stecken wieder rein das wäre eine Alternative ja ansonsten was ist noch passiert ähm 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 ach so natürlich sage ich erstmal einen sehr schönen Abend an der wusch und an koops noch irgendjemand im Chat nein noch nicht aber werden langsam aber sicher eintrudeln Weil Sonntag ist sehr, sehr ungewöhnlich für uns Weil wir auch mal Sonntags da sind Aber ich habe ja sonst nichts zu tun Beziehungsweise doch Habe noch etwas zu tun Das ist auch der Grund, warum ich heute so früh anfange Nämlich um 17 Uhr Nicht wie normalerweise um 18 Uhr Und zwar findet Ab 8 Uhr Auf dem Twitch-Kanal Der WiMaiKai Ein Tetris 99 Turnier Bei dem ich auch Teilnehmen werde Das Ganze geht so ungefähr 1,5 Stunden 6 Ich glaube es sind 6 oder 7 Runden Tetris 99 Und Es gibt dann Punkte Je nachdem wie gut man abschneidet Und Die ersten 8 kriege ich quasi Punkte Der erste 15 So irgendwie in der Richtung Ähm Genaueres Peter Ähm Leise sprechen Ich habe ganz ganz viele Sachen Hier noch ein bisschen Umgepolt und Umgefriedelt Also der Plan ist Jetzt Second of Rise and Ruin Ist ungefähr 20 Uhr Dann Gehe ich In den Dann wechsle ich das Spiel Auf Tetris 99 Und begebe mich Und begebe mich in den Voice-Kanal Von der Classic Tetris Germany Wo wir quasi alle dann Alle Spiele Und auch der Organisator Zusammen im Chat Ähm Im Voice-Chat Miteinander sprechen Und spielen dann Anderthalb Stunden Tetris 99 Direkt hier Im Anschluss Auch hier Bei der Crew Nicht bei mir Wie es normalerweise ist Mal Mal was anderes Ähm Es wird auf jeden Fall Spaß Heißt Jetzt so ungefähr Viereinhalb Stunden Geballte Action Oh da brauchen wir Ein Layout Oh wir haben ja auch noch Drei Stunden Zeit Dass irgendjemand das Vielleicht basteln kann Hm Wer weiß Wer weiß Lass mich überraschen Ich weiß Dass 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 Unsere Chefetage Hier bei der Bagger Crew Da ganz ganz fleißige Äffchen Ähm Beschäftigt hat Da heißt auch schon Auch keine drei Stunden Okay Wir Äh Wir Ähm Schieben Das Tetris Turnier vor Auf Jetzt Äh nee warte mal Das kann ich nicht Ich bin ja der Organisator Ja Ähm Sonst Äh Ja Gehen wir rüber Zum Reis Denn der Reis ist heiß Und wieder hier so Irgendwie so genau Den Mittelpunkt finden Wo ich Im Talk Nicht von dem Unten Ding Abgeschnitten werde Und im Game Nicht von dem Oben Ding Abgeschnitten werde Ich weiß noch nicht Genau wie ich Mich da Ähm Rein Äh Friemel So Das ist geklärt Dann Äh Game Music Hab ich gehört Das kann was Bisschen wir Continuen Wie ihr seht Es ist ein wenig Was in diesen Dingern passiert Das war unser letzter Stream Dezember 3 Also vor genau Einen Monat Da gucken wir Das mache ich Wahrscheinlich Nach dem Stream Mal gucken Ob ich da irgendwas Anpassen kann Ähm Das war unser letzter Stream Ziemlich genau Einen Monat Ist es her Aber ich war nicht Untätig Ich habe Hier Den aktuellen Boss besiegt Ihr seht Ähm Das ist genau Vor dem Capamera Das ist Boss Nummer Also Chapter 4 Der nächste Boss Dann der nächste Boss Und Genau Das war Vor Boss Nummer 2 Gespeichert Vor Boss Nummer 3 Gespeichert Vor Boss Nummer 4 Gespeichert Und Nach Boss Nummer 4 Gespeichert Also ich habe schon Ein bisschen Weiter gespielt Und teilweise Ist der Grind Sehr sehr Hart So Und Ähm Ja Ich habe Ich habe die ganzen Save Points Einfach mal Da gelassen Für den Moment Wenn ich grinden Muss Und ich keine Lust Darauf habe Dann habe ich da ganz Zufällig mal Was vorbereitet Hust Hust Erstmal Jetzt zurück Wo wir stehen Geblieben sind Wo waren wir Eigentlich Geblieben Woher kenne ich den Namen Job Fütz Ah Der Typ Von der Hobbitek Ich kenne das Hier von Äh Lafer Und Lichter Und wie sie Alle heißen Bei diesen Kochshows Hieß es ja Dann auch Immer Wir haben Da mal Was Vorbereitet Ähm Wir haben Hier Leeres Feld Equipment Mäßig Das hier Alles Relativ Aus Von den Skills Her Auch Unsere Quest Ist aktuell Step Of River Gorge Okay 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 Wir Sind Am Morgen Ich Das auch Richtig Ja Als Wir Gucken Doch Mal Was Ist In Der World Map So Genau Da Ist Der Boss Drin Also Wir Hatten Boss Nummer Eins Hier Hinten Hier Ist Boss Nummer Zwei Äh Boss Nummer Drei War Hier Oben Im Vulkan Drin Und Aktuell Ne Wart Mal Post Nummer Drei War Hier Unten Irgendwo Ob Hier 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 Unten Hier Oben War Post Nummer Vier Und Aktuell Lauf Ich Den Berg Hier Ho Mein Main Sorry Stimmt Und Hinten Gibt Es So Jetzt Erst Mal Radiant Water Go Tetris 99 Genau Ich Wird Jetzt Eine Verpackung Hoch Halten Aber Ich Habe Keine Tetris 99 Ich Hätte Aber Puyo Puyo Tetris Zwei 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 Wir Müssen Hier Irgendwie Durch Kommen Tetris Kann Man Falsch Machen Achso Stimmt Ja Du Musst Ja Du Die Namen Ab Ich muss ja die Namen abgleichen. Ist das dann eigentlich Building Bases oder Arcade Action? Nee, es ist Arcade Action. Building Bases wäre auch lustig für Tetris. Das ist 16 zu 9 und das ist auch auf der Switch. Wo ich es eigentlich auch 4 zu 3 spielen könnte. Aus dem einfachen Grund, weil du ja nur so das Feld da hast und das neben dran links und rechts. Building Arcade Bases. Nein. Ich glaube ich bin hier halt Rossi gehofft. Ich glaube ich bin hier halt Rossi gehofft. Ace of Pases. Ich wollte eigentlich ja den Lieder nehmen, die ich für den letzten Stream vorbereitet habe. Das Problem ist, ich habe vergessen, welche Lieder ich in die Playlist reingeschaut habe. Ich bin ja jemand, der immer gerne darauf achtet, dass er nichts doppelt hört. Ähm, auf dem Stream. Ich nehme mir immer sehr, 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 sehr viel Zeit mit meiner Musikwahl. Heute ein bisschen weniger Zeit genommen. Weil das doch ein bisschen spontan war. Oh. Aber spontan kann ich. Kannst du jeden fragen? Wie war das? Wie war das? Ja, ja, fahre mal, äh, so eine Woche vorher. So, es war Spaß. Hier, äh, fahre mal nach Paris. Juhu. Kuschler ran. Ja, okay. Ähm. Dann so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch frei kriege. Dann so, so spontan. Kam dann mein Chef auf mich zu. Jan, du musst noch ein paar Tage frei nehmen. So. Sag mal, steht das noch mit dem Buschler ran? Zwei Tage vorher irgendwie? So. Irgendwas fehlt da noch. Ah, da, du. Du bist. Du bist die Bad. Sagte Motto, was wollen wir heute Abend machen? Dasselbe wie jeden Abend. Und tschüss. Ach, bloß, der zählt jetzt immer noch für hier. Dick. Bummi. Natürlich zählt er noch für da. Okay. Dürfst du jetzt endlich, damit ich auch oben weitermachen kann? Danke. 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 Weil erst wenn der Hirsch stirbt, kann ich hier oben wieder... Ah! Stirb. Ja, alles klar. Gut, gut, gut. Kein Problem. Alles ist gut. Alles ist gut. Ähm. Erst wenn der Hirsch stirbt, kann ich oben weitermachen. Weil dann die, ähm... Monster respawn. Ja, und natürlich für später. Falls ihr Tetris 99 besitzt, könnt ihr da natürlich auch bei dem Turnier machen. Das Turnier ist für 98 Mitspieler gedacht. Äh, beziehungsweise 97 Mitspieler gedacht. Das heißt, spielt euch schon mal warm. Ich brauche mich nicht warm zu spielen. Ich spiele mich mit anderem Tetris. Ich habe gestern, war es gestern, ich glaube gestern Abend noch, habe ich eine neue Peep von Level 18 gespielt. Was ganz schön war. Nachdem ich ja mir den Spaß gemacht habe und meine Qualifikation für den, für das Januar Tetris auf Level 18 gespielt habe. Weil ich wollte eine kleine Challenge für mich selbst haben. Alter. Höhe der Hirsch. Bleibst du da oben. Nein, bleib da nicht. Ach, lecko mio. Jetzt muss ich schon wieder da runter. Ich muss den kackten Hirsch einzupacken. Hirsch. Der Schildkröte, du blockierst den Hirsch. Hirsch, warum gehst du da da drüber? Danke, Hirsch. Das ist ja schlimmer wie ein Lama. Ey. Ich bin da drüber. Genau, stimmt, wir haben ja noch den Kogel. Okay, er ist down, führt mir jetzt hier weiter, danke. Okay, wir haben das hier, das ist ganz gut, dann können wir uns dahin teleportieren, nachdem wir gegessen haben und, ähm, na warte mal, wir haben, nachdem wir gegessen haben und geschlafen haben, ist Winter 3. Dementsprechend müssen wir dann das Feld erst bestellen, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir dann da erst eben, warte mal, Fua 1, nee, da wird gesät, Fua 2 weiter, hm, wenn ich richtig fliege. Okay. Okay. Weißer Reis mit Wasser. Kannst du noch, bisschen Fleisch geht da doch noch. Mach dich heiß. Oh, lass uns denieren. Itadakimasu. Ist effektiv richtig. Sakuna ist Atelier mit Jump'n'Run Elementen. Es gibt, ich habe mittlerweile, also auf meinem Main-Spiel-Profil, ähm, ups, ich wollte doch pennen gehen. Oh, Simon. Sechs Monate, ein halbes Jahr. Danke, danke. Simon schreibt uns Servus, die Damen und Herren. Alter, schon ein halbes Jahr hier bei den Backers rumhängen. Und mein Therapeut kann mir immer noch nichts sagen, was nicht mit mir stimmt. Mit dir stimmt alles. Du bist genau richtig hier. Und wir lieben dich so, wie du bist. Wir lieben auch uns so, wie wir sind. Oh. Jetzt geht es erstmal ernst zu denieren. Okay. Erstmal. Genau. Rede doch mal mit deinem Therapeuten, was mit ihm nicht stimmt. Kommt bestimmt sehr, sehr gut an. Was ist denn die Stream-Streak? Ach nee. Mal schluss mit dem hier. Was ist denn die Stream-Streak? Ja, mit wem habt ihr eigentlich so Silvester und Heiligabend? Lass brav werden. Mal zu brav. Mal rein theoretisch. Ich sag jetzt nur mal theoretisch. Wenn... Niemand... Wenn... Niemand... Wenn... Niemand... Niemand... Wenn... Wenn... Wenn das alle so absegnen... Könnte mir 365 Tages-Streak... Los geht's. Was ist denn die aktuelle Streak? Wahre für ein Freund. Ich meine rein theoretisch könnte ich hier... Und... Hat unter den aktuellen Bedingungen und dadurch, dass die Schule ja... Nicht mehr ist... Jeden Abend. Außer... Sag mal Samstags, wenn ich mein Tetris-Turnier habe. Aber da kann ja bestimmt auch jemand anders. Und... Ähm... Mittwochs könnte man ja... Maybe... Vielleicht... Für das... Finde ich das Tetris-Turnier ja auch hier zeigen zu. Aber... Aber... Das wäre glaube ich zu viel Tetris. Jeden Mittwoch Tetris. Weil es halt NES Tetris ist und der Stream halt... Keine Ahnung... Gefühlt viereinhalb oder fünf Stunden geht. Vom Mietwurst-Atelier... Vom Mietwurst-Atelier... Ja... Kein Problem. Deswegen sag ich ja eigentlich immer... Bitte tragt euch zuerst ein... Wenn ich dann halt... Äh... Ich bin halt eigentlich auch kein Fan davon... In einer Woche... In einer Woche... Viele Doppel zu zeigen... Viele Doppel zu zeigen... Aber ich bin halt auch kein Fan davon... 12.000 Projekte auf einmal zu machen... Vor allem irgendwann werden die Spiele knapp... Aber ich habe ja noch mindestens... Ähm... Also ich habe... Ich habe ja noch so ein paar Streams... In petto... Die ich jetzt zeigen will... Ein paar Spiele... Unter anderem ja... Darksiders 2 und 3... Äh... Dann... Ist ja natürlich auch noch... Uri 2... Oh mein Bruder... Warte... Ich habe es geschafft... Ich habe es geschafft... Oh mein Gott... Frag nicht... Oh... Frag nicht... Ich erkläre es gleich... Lass mal zurück ins Spiel... Müsstest dir mehr scheiße aussehen... Also... Folgendes... Mein Bruder... Ich kam heute auf die Idee... Ungefähr 2 Minuten bevor ich online gegangen bin... Hey Jan... Können wir mal deine Wii haben? So klar hier... Jetzt hat er mich angerufen... Das habt ihr ja mitbekommen... Und sagt... Okay... Ich habe gar keine... Ähm... Keine Komponentenstecker... Anschluss an meinem Fernseh... Mein Chinchanschluss... So... Okay... Ich habe auch... Keine Retro-Thing... Oder so... Den ich da irgendwie dran schließen könnte... Dass das alles einfach macht... Ich bin hier meine Wii U rüber... Ich muss... Jetzt ist das Problem... Dass... Die Frau... Von meinem Bruder... Sich nur mit der Wii auskennen... Und nicht mit der Wii U... Also... Muss ich denen jetzt erstmal alles einrichten... Im Wii U Menü... Dass sie alle Wii Spiele spielen können... Und dann ins Wii Menü zu wechseln... Damit... Sie dann da spielen können... Erst dachte ich so... Ja gut... Ich bringe die Konsole rüber... Die parken das schon irgendwie selber... Deswegen hatte ich auch nur so einen kurzen Song genommen... Und... Aber nein... Ähm... Kriegen sie nicht selber hin... Erstmal wieder alles ein... Da... Weil mein Bruder... Ahnung von Technik ist gleich wenig... Das ist quasi das... Was ich die letzten 10 Minuten gemacht habe... Und was habt ihr in den letzten 10 Minuten gemacht? Erstmal gucken... So... Was habt ihr gemacht? Ähm... Mehr Personen auf Stühle... Auf Prey klicken... Eine drehende CD... Ja... CD... Ähm... So... Und... Dann bin ich... War ich hier kurz nochmal drüben... Weil ich ein Kabel vergessen habe... Und hab gesehen... Dass... Die Musik fertig war... Weil doch zu kurz... Dann hab ich... Panik Button... Und hab... Den längsten Song in dem Album genommen... Im gleichen Album... Wie der Song der Feuer lief... Und hab den reingemacht... Weil der 7 Minuten... Und 50 oder so geht... Einfach nur damit ich... Noch ein bisschen mehr Zeit habe... Und habe sogar den Song... Den ich eigentlich... Als Endsong geplant habe... Auch nochmal schnell hochgezogen... Weil... Weil wegen... Gab ja... Hat ja keine Break dann mehr... Ähm... Ja... That's pretty much... What happened... Ach... Stimm... Ich kann ja nur 2 auf einmal... Hier nehmen... Drei nebeneinander... Das war quasi das... Dann hab ich zu meinem Bruder gesagt... Das ist mir leid... Ich prob's jetzt wieder rüber... Habe ich ihn alleine gelassen... Wem gesagt... Der Rest ist eigentlich... Wie bei der Wii... Hast du... Es kommt auf Abend... Guck dir auf die Ecke... Hättet man jetzt... Alles nicht gehabt... Wenn ich doch um 18 Uhr... Angefangen hätte... Ne... Spaß... Hättet ihr ja nur... Zwei Stunden... Sacko nach... Was ist die Ansprache von... Sample... Da oben... Warte mal... Ich hab euch... Ich hab euch hier mal... Ich hab euch... Habe ich euch eigentlich als erstes angemacht... Ich glaub... Catch of the Central... Richtig... Das ist da... Wo... Am Schluss... Der Sänger im Tonstudio steht... Und nur noch... Tobi... Hör auf jetzt... Ist Schluss... Ah... Ich liebe diesen Song... So sehr... Er ist dumm und schön zugleich... Ich wollte wissen, wie die längste Streak war... Ja... Das System ist korrekt... Das hast du ja gut erfasst... Ich sympathische ... Wiedermedi than 5-8 graffiti... Ich schrade mich über ... Was soup nicht zu wenigst Ja... Sudden sie lassen... Was lernt ein wenigstی... laut... demat sinon... zu wenigstens raus können... bärst k ход sein... Aber langsam kriege ich auch wieder zu atmen, extra beeilt für euch, nett bin ich. 4. Januar bis 16. Mai. Wir haben ja jetzt mal mindestens schon mal vorm 4. Januar angefangen, gell? Und? So, aber bevor wir jetzt essen, alle Tage sind schon auf dem Konto. Fliegen wir hin. So, hm, hier rein. Ja. 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 So, Fertilizer komplett, jetzt gehen wir, wir machen erst noch Wasser hier rein, dann gehen wir was spachteln, larven, falls wir dann wach sind, tun wir den Fertilizer drauf machen. Oh, warte, ich hab hier hinten noch nicht zugekommen. Also, nachdem wir das Wasser hier drin haben. Spachteln, larven, morgens aufstehen, Fertilizer aufs Feld machen und dann... Dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben. In der Bossmap. Fertilizer incomplete. Da kommt auch schon Solnitrims running low. So, spread the Fertilizer, jawohl, einmal Fertilizer gespreadet und dann gehen wir hier oben in die River Gorge. Part 3. Das ist ja fast. Das ist ja fast so schlimm wie Boss 4. Aber Boss 4 ist schlimmer. Weil du bei Boss 4 noch nicht mal richtig auf dem Boden stehen kannst, weil du dann sonst ziemlich insta-tun. Boss 4 war wirklich der pure Hass. Bis jetzt. Aber es kann ja immer noch... Hier hat Bernda das Brot immer gesagt. Alles wie immer. Nur immer. Warte. Warte. Okay. Und jetzt komme ich schnell weiter, weil da wieder... Diese Besieger ist alle Gegner-Ladezone ist. Das ist ja voll. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir haben's geschafft. Wir dürfen jetzt hier durch. Danke. Nein. Ich wollte mich da hin. Ich bin hier hoch. Ach ja. Ja, und ansonsten habe ich die letzten paar Tage mit verbracht. Hier die Empfehlung von dem Herrn Lon mal zu können. Der ja in einem Puzzle-Strömen erraten hat. Ich muss mal ein gutes Wrestling gucken. Ich bin auf YouTube. Und hab mir mal so schmeidig die ersten. Neun Folgen, die online sind. Ich muss schon sagen, es ist so gut, wie es von den meisten behauptet. Das macht schon richtig Spaß. Selten beim Gucken so viel Spaß gehabt. Auch wenn man gerade beim Anfang noch so ein bisschen merkt, dass... Halber, die Storylines doch nicht höchst. Nein, ich habe das ja... Ich habe ja... Früher TM. Dass die Gummistiebel noch aus Holz waren. Hab ich ja schon gekocht. Und irgendwann war es mir halt... Blöd. Als es irgendwie so vorkam, als... 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 Nur die Namen haben sich geändert. Das beschreibt das relativ. Das was da jetzt ist, das war doch relativ erbricht. Vor allem sehr sehr gut. Gerade die Team Matches sind nicht von dieser Welt. Gelten solche hübschen Aktionen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ingo! 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 Ich erinnere mich an diesen Boss, der war ganz cool. Denrich, der hat ein relativ schönes Pedernrad. Ich glaube dann habe ich auch mit meinem Casual Profil einen Try oder sogar gemacht. Aber was du hier eigentlich nur achten musst, ist wenn er leuchtet, dass diese komischen Steine dann da... Wo du halt in die Luft gehst, dass er sich ab und zu rumschleudert. Dann ansonsten halt nicht vor ihm stehen. Einfach eine Alternative. Okay. Better do easy. Back. 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 Ah, stimmt. Der macht dann. Ups. Oh, mein Kreis. ganz vergesst Okay, 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 okay Essen, Equipment aufbessern vielleicht Dann nochmal hingehen Gruppe Equipment, was brauchte ich denn nochmal? Um Nächste Waffe zu machen Wollen wir was machen? Auf jeden Fall schon mal eine neue Zweihandwaffe Eigentlich würde ich für die Einhandwaffe machen Zweimal High Quality Oak Dann mache ich die Einhandwaffe Demonic Perlade Und dann hole ich mir noch zweimal Eisenherz für den Fishing Hook Weil der Fishing Hook Macht mehr Schaden an Wasserkreaturen Und der Fisch lebt, glaube ich, im Wasser Habe ich, glaube ich, in der Schule gehört Also zweimal Erz Zweimal High Quality Also Ich habe damals so gelernt Warum ist hier ein Becken schon Corona ist der Begriff für Krippe Ich habe keine Ahnung Ich kenne mich nicht aus Ich bin kein Arzt Thema Corona Ich kenne mich nicht Ich weiß, es ist doof Das ist das, was ich übergucken Aber Ich bin keinem Kampf Ich bin keinem Keinen Kampf So So. Oh, warte mal. Aber es regnet. Regne ist gut. Also, wir haben gesagt, wir wollen high quality oak. Das heißt, U Das heißt, Untertitelung des ZDF, 2020 High-Quality Oak, Fagesacht und Eisenerze Gips sich durch Steinskate Okay, da ist unser Eisenerz, was wir brauchen Du hattest ja vorhin auch nochmal gesagt, so von wegen Er hat so ein bisschen was von Atelier Okay, das ist ja das mit diesen Diesen Missionen, die du hier quasi hast Die dir Exploration Raid Beziehungsweise Genro Rona Wow, oder wie auch immer Ist es ja Ähm Ist ja dann Sterne High-Quality Oak, mal zwei Was und was? Brauchten wir zwei oder drei High-Quality? Ich bin nicht mehr ganz sicher Es ist auf jeden Fall noch L Das heißt, wir können Gehen jetzt hier zurück Machen uns dann die Was die Route Ich glaube, zwei Oak Das heißt, wir könnten uns Alles machen Machen uns die Zweihandwaffe Fishinghook Genau Und die Einhandelwaffe Reddle So Dann equippen wir Demonic Pearl Reddle Und Fishinghook Und dann Essen Waffen Ausfall Das heißt, wir sind dann im Autumn Herbst Sind dann im Herbst Hier war es mit dem Equipment Image Taken by Water Tax Die Lassen wir an Auf jeden Fall Ähm Vitalität im Sommer Oh ja Doch Nach Spring kommt Sommer Ist gut Vitalität im Sommer Maske ist eigentlich Aber gut Das heißt, wir sind im Sommer Im Sommer kriegen wir mehr Leben Und wir haben die neue Waffe Oh, hallo Mock Ich habe gerade Mock gesehen Er ist online Spielt Brot der Wildnis Ähm Ich habe managed to return Wir sind jetzt im Sommer Dadurch gibt uns die Maske Mehr Verteidigung Wir sind ausgeschlafen Haben volles Leben Und haben eine Waffe Die mehr Damage Gegen Wassergegner macht Brauche ich mein Handy Hingeschmissen? Brauche ich mein Handy Ich habe gerade gewundert Warum ich ab und zu Noch so ein paar Indifferenzen In meinem In meinem Ähm So Das heißt Wir gehen jetzt hier hoch Ab was Merk Jetzt hauen wir dem Vieh Aufs Maul Volle Pfund Das muss Das muss Was Was Another Keep your guard Helfer Kappa Look again Das sieht doch vom Damage Schon weit besser aus Wie eben Oder was meint ihr War richtig viel mehr Bums Volle Gotcha 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 Take it away Eeyah 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 Now This You're out of here Look again You're out Volle Ta Back over here Brauche ich dir Okay Einmal 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 Boom Überspringen Easy 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 So, you all are that Kappa's retinue, hm? Rest easy. We're looking out. Are they... You've done a good... It was certainly... Let us return home. You think so? Such an abat. Dump, dump. Here they fly the holes from the cheese and then they go on. Our Mayonnaise. To Planquenese. Or to Woop, Petar. We're going forward with very big steps. But what could they do for us, I wonder? Now that we've stretched our terror, we may be... And we're going to grab the women from the back of the shoulder. They say they'd be happy, well. Okay, let's stop. Don't get ready for women. Ok, then we're going to grab the other side of the party. Oh, Wupp Wupp. Harry! Wupp 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 Wupp. Wupp Wupp Wupp. Ja, das war ja leicht. Das ist alles Vorbereitung. Diese Technik für sich. Wir dürfen auch keine Fehler machen. Ja, und jetzt haben wir hier einen Kapper. I'm a mad scientist. It's a cool. Son of a bitch. Jetzt sind wir hier. Und das hier, der Schrein, ist quasi, ich sag mal, Boss Rush. Da kannst du dann die ganzen Bosse noch machen. Also zumindest die Zwischenbosse, soweit ich das gesehen habe. So, und wir gehen jetzt den Berg hinauf. Alles tot. Oh. 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 Was sind diese creatures? Das ist ein Vorgeschmack auf den Boss. Und retour. Jetzt gehen wir zurück. Warte, jetzt gehen wir zurück. Schau an den Leuten, was wir gefunden haben. So, erstmal gucken, ob da etwas ist. Was ist das? Was ist das? Oh! Was ist das? Was ist das? Einmal Winkraut. Was ist das? 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 Das hat mir gesagt, dass der Vulkan giftige Gase ausfällt. Das werden wir auch merken. Sobald wir da hoch gehen, kriegen wir in diesen Gasen dann Damage. Damage Ich brauche den Vulkanhochrenner Amit Im Winter Jetzt. Oh. Guess what? Wir haben jetzt noch einen weißen Chivainu lieber der Katrine wir haben jetzt 2 Dogos mit den 2 Dogos können wir jetzt folgendes machen 2 Leute Sachen suchen lassen ja wir haben jetzt noch einen weißen Logo auf weiter hoch den Vulkan ah ja das war jener welcher stimmt jetzt haben wir neu Obsidian Jan Nein Hör auf das ist äh ein sehr sehr ätzendes Gimmick auf der Stage die ganzen Steine die hier runterkullen ich bin die 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 Habe ich euch eigentlich schon erzählt wie gerne ich diesen Flashangriff durch die Gegner habe? Ja, hatte ich erzählt beim letzten 100%, 50%, 100%, jetzt kommt wieder dieses große Wo habe ich noch nicht genug entdeckt, damit ich weiter den Vulkan aufzeigen kann Ich glaube wir können jetzt schon Sommer 2 Erstmal ein Kraut ziehen und dann das Wasser ablassen Effektiv wüsste das ja Morgen dann fertig sein So, morgen Nachdem wir geschlafen haben Sommer 3 Ich habe meine Gratitude für dieses Mehl Das sieht lecker aus Ich habe meine Gratitude für dieses Mehl So, mal gucken. Ist das unser neuer Dogo? Ne, das ist der alte Dogo. Das ist die Katze. Dogo Nummer 2. Oh. Mal da. Ah. Eine neue Sichel. Leave it to me. Tens? Flip? Tens? Tens, es ist los. Tens, es ist los. Tens, es ist los. Zwei von drei, da fehlt also noch einer. Mining Area hatten wir? Ja. Ah, ich weiß wo. Das ist natürlich. Wo sonst? Ist das jetzt gelangt um... Nein. 100% Wir könnten den Shadow by Night probieren. Oder wir holen uns noch ein paar von den Perlen. Bauen uns noch ein paar von den Perlen. Bauen uns noch die andere Zweihandwaffe. Oh, da hat jemand das Programm geändert. Das heißt... Ich weiß was das heißt. Wahrscheinlich ein hübsches Layout. Also die Fischer hier, die Tropfen diese Dämonic Pearls. Genau. Und die Dämonic Pearls brauche ich, um... ...diese Dämonic Pearl... ...Schläger... ...zubauen. Time for Harvest. Ich brauche noch neun Perlen. So, dann starten wir mal der Harvest. Mit Barkley James Harvest. Ah, da ist der andere Dogo. Ah, da ist der andere Dogo. Wir wissen ja gleich wo wir hingehen. Okay. Okay. Und dann transformieren. Guck, Balkonaufeln. Also, das ist der andere Dämonismus. Das war's. Das ist unser anderer Dogo. Unser weißer. Schön, ne? Aber ins Bett habe ich gehört, beziehungsweise Essen dann ins Bett. Ja, das der Deade ist holy. Ich glaube... Cucumber, Sie sagen? Why not sell your... Ah! I seem to gain... Lady... For my part, we will need... A brand. Let us gather up ev... Well, it was harvest. Too obvious! What about... This name tells the story. Two convos... Um... The ones by... Sakun... I haven't quit reliant. Ah, true. I am a master. Hm... Our race is heaven. That's it! Really? What? Revered Ears. I like... Ah! Revered Ears is such a... I... 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 Thanks for... Yeah! Something about... Guck mal, wen wir lange nicht mehr gesehen haben. Everything is proceeding smoothly. All shall be as you di... Splendid work, Princess Kokoroa. The other gods sing your praises as well. If you require funds or resources. Yes, my lady. Still... To think... Have you been skulking about in... No. I see. You are dismissed. The brand is este... When we luxurious... Sakuna has... Derikamuhitsuki. Oh! Welcome! Hm? Well... I... Hoho... It's big. This one's Ilka. That one's clear. It's... There's some kind of a catfish. Oha! Oh! I'm going to get the catfish in the prince. Oh a good idea. I'll get the catfish together. Ohоче, we are growing Ruins eventually. Oh yeah. We are growing Ruins. Oh dear. So, thanks for that! Oh no! Once you have just doubled, you go into the Catfish... ая the catfish place... She's making plenty of Lazarus! Wowesta... ...and so a career, Gosh, yes, that's enough... Stadt gehen? Müssen wir da noch etwas tun? Nämlich wenn wir jetzt die Götterstadt gehen werde ich 1000 Tode sterben weil der Boss in der Götterstadt hart as fuck ist. Deswegen ich jetzt auch nicht mit ihm rede sondern essen geh und dann schlafen geh. Ich könnte natürlich jetzt meine vorbereiteten Sachen laden Aber Non erkannt Jetzt ab weg machen bevor noch mehr Regen Warte mal doch welchen kann ich schon machen? Welchen kann ich schon machen? Ah Hunt treasure Epsilon Mh 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 Ich habe immer noch irgendwo was. Ich wähle immer noch das Powder of Transformation. Jade und Enemies mit Crashing. Das kriegen wir vielleicht her. Und schlaft sie selbst. Die Mama hat sich aus den einfachen Schraubladen. Ich habe etwas von dem Schraubladen. Und Schraubladen Differentikamente anstrengen. sich den Kopf auf Bern eines Säten der Bblen und zacken. Ich kann mich nicht in K�säten aus. Das ist alles ganz gut. Da sind wir gleich. Aber noch nicht so gut. Das ist ein Dazzard, das ist ein Dreschen, ja. Ah, wo ist er? Fünf Stück Fünf Stück mit Crash Aber es wird dunkel Okay, was das heißt? Machen wir das da Dann gehen wir mal Hey, Black Shadow by Night Oh, ist das neu? Guck mal, Chef Wu hat was gebastelt Der existiert seit gerade eben Okay Black Shadow by Night Noch nicht ganz Also muss ich doch meinen Secret Tech auspacken Und ungefähr Fünf oder sechs Stunden Grinding Euch ersparen Guck mal Guck mal Guck mal Wie das der Stream sieht Grinding überspringen Dafür Cutscenes einbieten Ähm, wir brauchen noch High Quality Oak Für dieses eine Ding da Guck mal Guck mal Ich habe was vorbereitet Mit Save Quasi ich habe von meinem Casual Playthrough Save Points Direkt vor den Bossen Verhalten Weil das teilweise wirklich Hetzend langer Grinds Es wird auf jeden Fall die Maschinen-Cutscene Was ich auf jeden Fall noch holen will Ist die Cutscene Wo sie uns die neue Maschine gibt Und die Cutscene auf jeden Fall In die ähm Quasi in das Ding rein In die In die Götterwelt rein Ähm Jetzt muss ich nur gucken Wie viel Quality Oak noch fehlt Da ist die neue Maschine Da ist die neue Maschine Ich sehe Okay Should I make something goddess? Das ist die neue Maschine Einmal High Quality Oak fehlt uns Okay Wir haben auf jeden Fall schon mal Die neue Maschine gesehen Ich brauche noch ein High Quality Oak Dann können wir die Maschine bauen Kriegen die Maschinen-Cutscene Dann können wir In die Ins Capital gehen Kriegen die Capital-Cutscene Und Und Dann 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 müsste man eigentlich alle Cutscene haben Das ist das Wunst Das ist das Das ist das Wunst Ich schließe die bei hier ab. Ich schließe die bei dem... Ab. Ich schließe die bei dir ab. Ja, ich schließe die bei dir. Okay. Die neue Maschine. Jetzt können wir die neue Spawner. Wollen wir nur noch immer nach unten drücken. Das war vielleicht ein bisschen zu laut. Nein, ich versteuere doch nicht. Jemals. Aber weißt du, was ich noch machen könnte? Ich könnte... Jetzt noch so lange spielen, bis ich ungefähr... Ich werde mal so gucken, ob ich jetzt noch 40 oder 50 Minuten ein bisschen was grinde. Dann in die Stadt gehe. Und dann ab nächster Woche einfach den Speicher ohne 12 Stunden Grind. Und... Laude. Das ist gut genug. Es gleams so brillant. Jetzt ist es White Light. Ich denke, das ist ziemlich gut. Da 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 ba da ba Dicer Dicer Stemmer noch etwas rum? Vielleicht ich dich bepusten, wenn ich... Ah, trade with the capital. Also sobald wir mit dem Typ geredet haben und dann einmal wieder in dem Götterpalast waren, wo wir daraus verbannt wurden, manche erinnern sich, Stream Nummer 1 und so, ansonsten, Hashtag Youtube, weißt du Bescheid, ähm, hallo Youtube-Man? So, ah stimmt, ich muss ja dann auf der World Map hier auch noch alles freischalten, ok, 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 Argument, ein Argument, machen wir das nämlich, wir gehen, Oh, machen wir hier jetzt, äh, da, 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 Dave? Dann, wir hier rein, yes? Oh, 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 oh. This is, if Sakuna fulfills her duty and returns with her head, but that is no allying with end yet. Kokoroa, are you the Sak-Sak-I, I can't- Gucken wie gut gegen den Boss gewappt wird. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Das ist relativ easy. Tschüss. 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 Und jetzt wird es spaßig. Spaß für die ganze Familie. Mein lieber Frohn. Gucken wie gut wir uns schlagen. Wahrscheinlich kein. Gucken wie gut. 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 Ich bleib mal hier hängen. Gucken wie gut. 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 Einen wunderschönen guttragenden Hüttel. Okay, der erste ist down, nächstes kommt Flammenhaini. Oh! Ich hasse es. Ich hasse es. Das ist 5 Ortum 3. Ich habe es genau nach dem Boss gesaved. Ich habe es genau gesaved. 7 Stunden. Also knapp 3 Stunden. Dann ähm. Äh. Geh mal so. Unter dem anderen. Schöne noch. Die開cha. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Hack diesen Boss nicht! Ja genau, nehmt mich wieder ins Kreuzfeuer, ihr Arschgeig! Ja genau, nehmt mich wieder, ihr Arschgeig! Ohohohohoh, nie! Ja genau, nehmt mich wieder. Wie gesagt, mach deinen Boss nicht. Aus, bevor er damage macht. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 High-Force-Attack? Bitte geht sterben! Ahhhh leck mich doch einst! Ach Dreckboss, ich hasse ihn! Ach Dreckboss, ich weiß nicht, was du? Ja, sieh! Gotcha, over hier! Right to this! You're out of here! Ja, ha! Inhaut! Five! Ah, kick that! Gotcha, kick that! Gotcha, kick that! Ja, ja! Ah, look again! Over here! Right to this! Five! Gotcha, ha! Ha, gotcha! Over here! Ha! Inhaut! Okay, der erste ist down und wir haben noch fast kein Leben verloren. Okay, let's go! Okay! 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 Okay, das war Nummer 2 und jetzt kommt der Schlimmste von allen, Mr. Feuerball Nahkampf. Oh, yes! Lekko mio! Oh mein Gott! Ich mag diesen Boss nicht! Was? Ich wiederhole mich! Oh mein Gott! Was ist das? Ich habe keine Wahl, aber zu schreien hier und zu schreien, dass es nicht solle deine gewaltt! Ich darf sagen, wenn meine vorherige Explosion eine Tragedie wäre, dann diese ist eine Verwaltung! Hark! Es ist ein flammable Spell von Virtue! Ich nehme keine Worte, es nicht wichtig. Ich werde, Prinzess Kokoror, sprechen Sie wahr. All is, as per Jealousy, swept me up in its... Please! My! Your work has garnered considerable attention as of late. We do not think you will escape the ulti- Mhm. We cannot lose Princess Kokoroa. And not only because I will be inundated with theories if I pass judgment, rumors shall beget rumors until the other guys run with the mechanical soldiers and begin to... I will ascend to the apogee of shame. Oh my Gott! Woop woop! Party! Die! Die! Vomine! You have my heart settled! Therefore, you shall hence, I am not, religion! veya Das war mir... Es hat seit Jahren seitdem Lady Kamohinsuke... Surely, keine würde sich blicken, wenn ich einfach... Ihr eagernes zu vermeiden, die Exerzion... Komm jetzt! Wie... Wenn Kokoroa nicht mit mir spricht... Hehehehe! Ahem... 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 So... Oh mein Gott! Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich ihn doch relativ fix erledigt habe. Aber wie gesagt, dieser Boss ist werfisch. Oh mein Gott, ich habe so wenig gedacht. Danke für die Interesse. Ich... Ich fühle mich... Ich fühle mich... Wie erstaunlich... Will du... Ja! Du gehörst aus dem Distanz... Du hörst auf alles, was ich zu sagen... Du bist... Kokoroa! Da, da. Ich dachte, da steht BOOMSTICK. Nein, das ist mein BOOMSTICK! Ich dachte, da steht BOOMSTICK. Nein, das ist mein BOOMSTICK! Das Kind ist abgehauen, jetzt müssen wir das Kind einfangen. Ja. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nach der Sache in der Hauptstadt, lass mal den hier. Jetzt heißt es... 20 Sekunden. Das war's für heute. Das war's für heute. Oops. Das war's für heute. Was war's für heute? Was war's für heute? 20 Sekunden. Easy. Das war's für heute. 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 Und jetzt eignet? Okay, machen wir in Winter 3 den Ausgriff. Krass. Wir könnten ja mal gucken, was es hier noch ist. Das war die Demonic Pearls, wo ich noch 8 Perlen brauche und du hast nichts. Okay, also 8 Perlen. Perlen kriege ich. Puckdinge. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war das? War das das oder wie das war? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, nicht war das die da. Das ist sie nie da. Hat er da was sonst keiner hat? Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Easy, peasy, lemon squeezy. So, Saddle Path geschafft. Beacon it. Okay. We can attack, we can defend. We can attack, we can attack, we can attack. Ah, wait. Aha. Ah, ah, muss ja wann anders wiederkommen, weil wegen Respawn. Joa, gut. Ich glaube, wir gehen mal hier in den Schrein rein und zeigen euch den mal. Das ist jetzt schon mal sorry. Ich kann mir denken, warum. Kleiner Typ, Hiddle. Ausrufezeichen next. Ja, ja. 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 So und das ist effektiv dieser Schrein. Was immer, viermal, quasi Floor, zwei, drei, vier. Trashmob, fünf, dann eben einen Boss und bei sechs ist dann wieder einer von diesen komischen. Äh, sag mal, ähnlich wie die Sitori Gates. Was ich dann einfach sagen kann, hey, lass mich doch mal gleich zu sechs, ohne dass ich als, äh, als Leere. Hands of Damage! Das war's für uns, da, bis jetzt. Das war's für heute. Also wie ihr seht, wird hier ganz fleißig im Hintergrund getüftelt. Für euch diese Streaming-Erfahrung noch besser zu machen. Fucker crew back to glory, war doch immer glorious. Oh lord. Oh, 5 Danke, ja zum spätestens wieder volles Leben Oh, 5 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss grad mal kurz was checken. Wegen Tetris? Okay. Well done. Ich muss sowieso nochmal ganz kurz aufs Klo, bevor es losgeht. Genau, auch für die schnicky YouTube-Experience. Ähm... Cannot save on an autosave. 3. Januar. Wuppwupp. Äh... Wupp. Ähm... Nein. Gut, Hidelskrieg. Jawohl. Dann geh ich jetzt... Rüber... Auf das Talg. Aha. Bin wieder im Talg. Ei Talg. Jaaa... Das war Sakuna für heute. Ich hab gehört, ich muss noch... Was umspielen. Break. Dann... Da muss ich das Dashboard neu laden, damit das... Da drin steht. Lad mal kurz das Dashboard neu. Jaaa... Weil wir haben ja hier hinten dran... den Magic. Ähm... So... Arcade Action. Update. Ja? Dann machen wir hier... auch... Arcade Action. Update. Geil. Ich... Geh... Gib euch dann äh... Äh... Jetzt einen Song rein. Kein Glück hab ich hier noch einen vorbereitet. Für erstmal muss ich eine Steuerung... Sehe... Und dann sehen wir uns in... 3,5 Minuten wieder... oder für den YouTube-Mensch im nächsten VOD. Bis gleich.